Sie sehen einen Film einer Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sehen die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Friedrichsdorf. Diesen Film können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen auf www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik ist vom Kraftfutter-Mischwerk. Die Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Downloadlinks zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet auf www.oef-online.de www.oef-online.de Ich wünsche eine gute Fahrt! Ich wünsche mir eine gute Fahrt! Vielen Dank. 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 mit historischen Schienen-Bussen-Unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet unter www.oef-online.de www.oef-online.de Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020